Endlich habe ich mir Indiana Jones 5 anschauen können. The Dial of Destiny, das Rad des Schicksals. Ja, der wurde ja sehr schlecht reviewt. Also von 2023, Regie James Mangold, der auch Logan gemacht hat und Le Mans 66, diesen Autorennenfilm. Und vor allem Todeszug nach Juma, den ich mir erst auch angeschaut habe. Hat mir auch sehr gut gefallen. Der Einstieg, die Anfangssequenz ist sehr krass. Super gefilmt, super Idee und auch die Stimmung von den alten Indiana Jones, vor allem vom dritten Teil, mit den Nazis, sehr gut eingefangen. Ja, was mir auch nicht gefallen hat, waren die CGI-Effekte, vor allem wie Harrison Ford jünger gemacht wurde. Das war wirklich lächerlich. Das und wie bei der Sequenz, wo er mit dem Pferd durch die Stadt reitet, sein Kopf einfach digital auf diesen Reiter drauf kopiert wurde. Da wurde wohl wirklich geschludert einfach in der Postprodukte. Es gibt auch technische Mängel, wenn zum Beispiel Dialoge, wie die montiert sind, Shot und Gegenshot, also einer spricht und dann sieht man den anderen, der zuhört. Und wie sich quasi das Kinn von dem Sprechenden dann in dieser Einstellung, wo man ihn von hinten sieht, bewegt. Manchmal spricht er und er spricht nicht im Bild. Oder er spricht und er sagt aber nichts im Ton. Also da hat man auch wirklich, da lief einiges schief. Ja, nichtsdestotrotz, ich finde die, der vierte gehört, also es gibt die alte Trilogie meiner Meinung nach und es gibt die zwei neuen Filme. Und ich muss sagen, mir hat der Film auf jeden Fall besser gefallen als der vierte. Aber ich finde beide okay. Ich hatte Spaß beim Anschauen. Natürlich gab es viele negative Sachen. Aber vor allem das Ende hat mich auch sehr abgeholt. Fand ich emotional sogar. Aber ich denke mal, wenn man in der Kindheit die alten Filme, wenn man damit so ein bisschen aufgewachsen ist, empfindet man das vielleicht als emotional. Ansonsten denke ich, könnte es auch als kitschig und billig wirken, wie der Film ausgeht. In der Anfangssequenz in dem Zug, da haben die Nazis ja viele gestohlene Kunstschätze, die da transportiert werden. Und unter anderem sieht man auch im Regal die Holy Hand Grenade von Monty Python und die Ritter der Kokosnuss liegen. Ja, und am Anfang geht es um den Speer, mit dem Jesus am Kreuz gestochen wurde. Und ja, wie dann der Nazi diesen Speer hat und da irgendwie, damit die Leute abmesseln will. Das war irgendwie cool. Die ganze Sequenz war richtig krass. Überhaupt die Nazis gegen, später im Film auch mal gegen die Römer, ist auch eine krasse Sequenz. Das ist so die Essenz eigentlich, finde ich, von den alten Indiana Jones Filmen. Dieses Abenteuer, aber total comichaft, fiktional, aber trotzdem mit Nazis. Das hat ja auch viele Filme danach gegeben, wo die Nazis irgendwie auf dem Mond sind oder Zombie-Nazis oder sowas. Was mich gestört hat, der Film scheint ein bisschen von Inglourious Basterds beeinflusst gewesen zu sein. Es sind lange Sequenzen, wo Deutsch geredet wird. Aber dass man dann nicht deutsche Schauspieler nimmt, ist mir halt gar nicht klar. Dann wird Deutsch gesprochen, aber mit einem Akzent und mit völlig komischen Sätzen, die man nicht so sagen würde im Deutschen. Also nur Thomas Kretschmann hat gutes Deutsch geredet. Auch die Schergen, alle Bösewichte außer Thomas Kretschmann und Mads Mikkelsen waren wirklich so schlecht gecastet und so blöd und so richtig nervig. Ich habe den Film richtig kaputt gemacht. Ein bisschen. Unterm Strich hat er mir schon gefallen. Ja, im Ohr des Dionysos, in der Höhle, die Sequenz voll wie Temple of Doom, auch mit den Insekten. Die waren übrigens gut gemacht, falls das CGI war, was ich glaube. Die haben wirklich realistisch ausgesehen. Halt die klassische Indiana Jones Fallen, geheimer Tempel-Sequenz. Hat mir gefallen. Ein bisschen die Kulissen, vor allem diese Brücke über dem Fluss, fand ich komisch, weil sich auch immer die Strömungsgeschwindigkeit von diesem Wasser geändert hat. Da hat man sich auch irgendwie nicht so viel Mühe gegeben, glaube ich. Das Rätsel mit der Wasserverdrängung von Archimedes fand ich in Ordnung. Aber als dann diese Klappe aufgegangen ist und das Wasser darunter geflossen ist, in dem Shot von unten nach oben, wo sie dann darunter kommen, sieht man irgendwie an der Kulisse hinten voll, dass da so eine schwarze Folie ist, wo das Wasser rauskam. Ich habe mich gewundert, dass man das nicht wegretuschiert hat. Also man sieht voll, dass das so ein Studio-Effekt war. Ja, was mich auch sehr gestört hat, war das Schweighöfer-Kameo. Also warum muss immer Matthias Schweighöfer in irgendwas sein, was deutsch ist? Er hat mir nichts getan und so, aber ich kann den Namen nicht hören und wenn ich ihn sehe, denke ich mir auch schon, dann schiebe ich den Film in so eine bestimmte Schublade, einfach, dass man sich keine Mühe gegeben hat. Einfach so Commerz-Casting-mäßig. Ja, München, Prinzregentenplatz 16 wird erwähnt. Der Bösewicht möchte da durch die Zeit hinreisen, um Hitler zu töten und seinen Platz einzunehmen. Das Ende spielt in der Antike. Da, finde ich auch, kann man getrennter Meinung sein. So eine CGI-Seeschlacht und auch wie die Römer aussehen, so wenig realistisch. Da hat wieder Realismus gefehlt. Wenn man so ein fantastisches Element hat, muss es auch absolut realistisch sein. Wie die Leute aussehen, wie die Kostüme sind, war mir nicht realistisch genug und deswegen fand ich es ein bisschen zu fantasyhaft. So ähnlich wie beim vierten Teil, alles so fantasy-CGI-haft. Too much. Nicht wie in die anderen schauen, sondern eher so wie Jumanji, die neuen Jumanji-Filme oder ich weiß gar nicht, kann es nicht gut ausdrücken. Aber sie haben sich schon wahrscheinlich hingesetzt und das merkt man, sich überlegt, okay, was sind die besten Elemente aus der alten Trilogie? Packen wir da alle einfach rein. Auch zum Beispiel den Sidekick aus dem zweiten Temple of Doom, den Jungen. Der Star ist auch ein kleiner Junge dabei. Kleiner Junge, ja klein nicht, aber halt ein Kind, Sidekick. War ein bisschen too much. Dass man einfach dieses Plotelement genommen hat und das genauso in dem Film hatte, fand ich ein bisschen too much. Auch was wirklich idiotisch war, irgendwann tauchen sie in den 60er, Ende der 60er Jahre, ist das größtenteils das Setting, tauchen sie runter zu einem Schiffswrack, das so vor 2000 Jahren versunken seien. Und da sind halt noch, da ist Holz, da sind Skelette, da ist nichts, da ist alles konserviert worden. 2.000 Jahre lang in Salzwasser oder wie? Da finde ich auch, hätte man sich irgendwie mehr Gedanken machen müssen. Aber wenigstens kommt da, ja, schon seit Angst vor Schlangensequenz, ein bisschen abgeändert mit Aalen. Und ich habe mich auch immer gefragt, ist das Screenscreen so gut oder haben sie diese LED-Wandtechnik genutzt? Da würde ich auch gerne mehr drüber wissen. Ich habe gehört, in München gibt es so ein riesiges Studio mit einem LED-Dome, wo jetzt auch bei Sylvester Stallone, ich glaube Cliffhanger 2 oder so drehen wird, oder viel davon da drehen wird. Würde ich auch gerne mal sehen. Ja, also, fand ihn besser als den vierten Teil. Die zwei neueren Teile gehören nicht zur alten Trilogie, aber kann man sich auf jeden Fall anschauen, sehr unterhaltsam. Ja, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.